komm zurück zu pokémon challenge immer noch mit dem flash ja mit wem sonst centos ja ich hatte eben gespeichert ja auch mal kneton an den merken mit ihm so hatte der schon wir kennen uns doch aus dem britannien baldachla aber nicht kenne ich nicht würde mal sagen wer bist du wenn du sein immer diese kleinen zehnjährigen die hier durchlaufen findet ein sonderbonbon jawohl so wie kriege ich jetzt kleinstein kaputt der ist bestimmt ja ja wohl und schön wenn die gegner nur noch halbwegs krefer pokémon jetzt unterwegs haben ja vorhin jetzt kleinstein nein du mann der recht level 16 dann wickelt sich die man da jetzt auch ja aber ich habe auch das ist besser ja bei kämpfen mache ich sowieso aber hier durch die höhle laufe ich einfach kannst du einmal nein ich idiot was denn ich habe mein armes kleinstein den kampf richtig reingeschickt ich wollte es doch tauschen sofort du bist wie los macht man und jemanden die schaffte pokémon wackelt die ersten von team wackelt gefunden in die windel ein wickeln willst du die windel eingewickelt und du mich auch du wirst in die windeln eingewickelt so schon wieder teamwork etwas los mit euch hier haut ab ich will mit euch nicht kämpfen ja ne kämpfen kämpf gegen jeden den ich unterwegs treffe alter schwede ich muss mal hier meine pokémon nehmen wechseln yay käfer hat er juhu da muss ich dir jetzt platt einmal glut einsetzen ja aber käfer ist jetzt ein vorteil aber jetzt wenn du in der höhle bist hast du wieder feuer das geht aber da war meine auflösung zu schnell was haben wir denn bekommen muttags so aqua knar ok aqua kacke ja aqua knar geduld was ist die m1 mega jeep die hkp plus die 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 hey 90 pocket dollar müssen wir verarschen gehen so viele kämpfen dann krieg ich noch 90 pocket dollar fick dich wo war denn der dritte eingang hier ja jetzt mal hab ich ein blut so jetzt noch mal kurz zurück heilen gehen da oben ist so eine heilstation wenn du weiter gehst ja aber unterwegs muss ich noch kämpfen ich habe das bildet dem entspricht noch nicht das habe ich schon gemacht das muss ich nach dem stopp mal ganz kurz machen jetzt habe ich so ein fettsack hier wieder schnell ich hab den ja schon mit ich brauche den einfach nur kurz weg sein das war es dann auch schon ja kein problem so wanderer tschüss du bist doch langsam rauskommen ein paras paras vergift ja ich zerstöre es auch noch was bin ich für mensch lechtern mensch und ein team rocket überall hier und schlechter schlechter mensch und sie wirklich noch aus ja ja ich bin über lang gelaufen wegen den ganzen pokéball ja ja wie gesagt pokéball ach ein sonderbonbon mhm so schon mal jutt hallo lass uns kämpfen naja du hast ja den pummel auf war ja so ne aaaah und das viel gesang einsetzt oah ich hab keinen bock drauf alter die glutex du machst das alle alle zehn meter krieg ich ein neues pokémon wenn ich die auf schnell mache äh nun mal ja das fand ich cool reicht schon hehehe dankeschön na team rocket was mit euch denn los schon wieder ich schläge tschüss tschüss lass ich endlich mal gucken wo du gedeks ähm rettern rettern wo bist du da falsch rettern gebiet tschüss 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 durch bin ich hallo möchtest du ein geschäft machen ich gebe dir ein exzellentes kappador für 500 ja nimm das kappador ganz ehrlich nimm es was gibt es hier für pokémon ratzfatz sondern da waren sandalen boden pokémon die frage ist nämlich mit ich versuche es ich konnte mich noch nicht mehr umdrehen und schon doch super doch herrlich für die sprites wenn er sich wechselt vor lustig immer von hell in dunkel der fahrrad shop bisher hier ja ja komm ich will mir das leisten ich wollte mir das mit dem wenig geld leisten hallo ich habe von allgemein jemand kriegst einen kupon dafür was eigentlich auch voll schwachsinn ist ne schutz gegen gift brauchen wir alles nicht wie viele kiefer pokémon die hier immer haben ja ist geil du für mich wahrscheinlich nur hätte hätte man kann kennt man ja eine minute gleich noch jetzt zuwart ich will hin zu wird da wieder mich nix und kleinstein eigentlich nichts habe ich auch das kämpfen will ich gerade noch nicht weil die zeichnung ist deswegen tauschen ne passt so ehrlich so geil nein ist es nicht ist kacke kacke ist am dampfen warte mal was willst du willst du dein kaput sie nicht ja das muss ich später machen hier ich muss ja ein kopsel fangen gegen rosana damit ich eis bekomme ja kann ich schon aber rosana wenn du so trainierst dann ist das kann gar nicht schlecht wird sagen die aufnahme ist jetzt ende und bis zum nächsten mal bei kommen